Seid gegrüßt Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Revelation. Hier ist euer Don. Willkommen liebe Gaming-Freunde, für eine weitere Piri-Race-Bomben-Mission. Köpek Orlor. Ich muss diese alten griechischen Karten mit den Daten von Admiral Kolumbus abgleichen, aber es ist als Vergleich um ein Karten von der Erde und vom Mond. Was für ein Chaos. Ah, Ezio, erfreut mich. Lasst mich euch was zeigen. Wie wäre es mit diesen Giftbomben? Wie tödlich sind die? Recht tödlich, Durstum. Wir destillieren unser Gift aus der Datura-Pflanze. Eine hübsche kleine Blume mit tödlichem Geheimnis. Diese hier tötet. Langsam, aber sicher. Seid vorsichtig. Zu eurem Wohl. Und dem Anderer. Grazie. So, keine Distanz oder Nahkampfwaffen entsetzen, um das Ziel zu eliminieren. Die Bombe sollte das tun. Die Bombe sollte das tun. Ihr solltet mal einen Arzt aufsuchen. Gift? Aber wer gab es dir? Wer war hier, als das geschah? So, das war es für die Tatura. Wenn euch die Videos gefallen und ihr weitere Folgen sehen möchtet, dann wisst ihr ja was zu tun ist. Wenn ihr Lust habt, hinterlasst mir konstruktive Kommentare hierzu. Gibt es ein Spiel, das ihr hier sehen möchtet, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ciao, tschüss, euer Dom.